Mexikanischer Abend! Hola chicas! Heute heißt es Kamerakind Vegas, meine Freunde. Captain Disco in Iserlohn. Bei den Sommernächten, das ist irgendwie so ein Stadtfest und ich hoffe jetzt mal, dass mein Taxi schon da ist, was heute gefahren wird von Herrn Kowalke. Sieht aber nicht so aus. Also warten wir noch ein bisschen. Das ist er einfach auch nicht. Da? Captain Disco International. Wir haben einen waschechten Mexikaner dabei. Ja dann, würde ich mal sagen, auf nach Mexiko! Ja. Okay, das ist gerade ganz schlecht, weil wir fangen gerade nach Mexiko. Wer fährt eigentlich zurück heute? Ja, das Fahrradteam, Holzlobweg. Ja. Dann machen wir euch noch zwei, ne? Wie wird Marius denn heute verpflichtet? Wir haben hier ein sehr, sehr schönes Restaurant aufgetan, wo wir nachher hin dürfen. Wir können da rein, wir können a la carte bestellen. Ja, und Marius bekommt jetzt 7 Euro für den Pommes. Tschüss! Ja! Was? Was? Aber erstens mir! Was? Was? famously. ėj h influ ... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.